Hallo und herzlich willkommen auf VoiceOver Cars. Heute sprechen wir über den Nissan Qashqai. Ihr bekommt gleich von mir erstmal zunächst die Veränderungen zum Facelift und anschließend natürlich auch meine Meinung. Warum ich ihn mir nicht kaufen würde, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Nissan hat die neuesten Änderungen am Qashqai vorgestellt, seinem erfolgreichen Crossover-Modell, das seit seiner letzten Aktualisierung vor dreieinhalb Jahren in Europa über 350.000 Mal verkauft wurde. Das Fahrzeug erhält sowohl optisch als auch technisch umfangreiche Updates, werfen wir einen ersten Blick auf den Qashqai. Der es damals sogar fast in unserem privaten Fuhrpark geschafft hätte, hätte man den Siebensitzer nicht gestrichen. Äußerlich fallen sofort der neu gestaltete Kühlergrill und die modernisierten Scheinwerfer auf. Der Grill, inspiriert von antiken japanischen Panzerschuppen, zeigt sich in einer dreidimensionalen Struktur und ist je nach Ausstattungsvariante in schwarz oder satinierten Chrom gehalten. Auch die Scheinwerfer wurden überarbeitet und bieten nun ein adaptives Fernlicht sowie eine verbesserte Lichtverteilung. Im Innenraum sticht besonders die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Alcantara und Leder hervor. Die Infotainment- und Technologieangebote wurden ebenfalls aufgerüstet, darunter ein modernisierter Around View Monitor und die Integration von Google-Diensten, die das digitale Leben ins Auto bringen sollen. Das Fahrerlebnis wird durch die neuen Assistenzsysteme wie eine verbesserte Notbremsfunktion und den intelligenten Geschwindigkeitsassistenten sicherer und komfortabler. Google ist auch eingezogen, genauso wie Amazon Alexa. Das müssen wir uns alles nochmal in echt ansehen. ePower nennt Nissan den Antrieb, der eine Kombination aus Elektromotor und einem effizienten Verbrennungsmotor darstellt. Dieser Antrieb erfreut sich sicherlich auch Mangelsalternativen im eigenen Portfolio großer Beliebtheit und unterscheidet sich von herkömmlichen Hybridsystemen, in dem der Verbrennungsmotor ausschließlich als Generator dient, um die Batterie zu laden. Der Verbrauch soll bei 5,2 bis 5,3 Liter auf 100 Kilometer liegen, die CO2-Emissionen somit bei 117 bis 120 Gramm pro Kilometer und inzwischen weiß ich, dass auch dieser Wert wichtig ist für den einen oder anderen Firmenwagen. Das gilt auch für den Preis. Der aktuelle Qashqai ist ab ca. 35.000 Euro zu haben. Ob das wohl auch für das Facelift gilt, das steht in den Sternen. Wir werden aber berichten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Fahrzeug noch einmal im Detail an. Ja, hier sehen wir ihn rollen, da seht ihr auch das ePower-Shield. Wie gesagt, die Roptik, mir gefällt der wirklich ausgesprochen gut, dafür, dass es ein SUV ist und ich eigentlich kein großer SUV-Freund bin. Er lässt den Wagen optisch wirklich gut darstellen. Also dieses Facelift. Diese Scheinwerfer, das finde ich gut, das mit dem unten, mit dem Schrägen, das finde ich auch gut. Da sehen wir dahinter auch die richtigen Scheinwerfer, weil oben ist das Tagfahrlicht, nicht wahr? Und mir gefällt ja wirklich ausgesprochen gut, da gibt es ganz und gar nichts zu meckern. Ich mag, dass die Motorhaube noch so schöne Formen hat und Sicken hat, dass das nicht alles so glatt und rund gelutscht ist. Wir sehen eine schöne Toronado-Linie hier ansteigend, hinten dann zu einem höheren Radkasten quasi. Ganz normale Türgriffe, ganz normale Außenspiegel. Schon fast ein ganz normales Fahrzeug. Aber trotzdem gibt es so zwei, drei Punkte, die stören mich wirklich. Und eines ist davon tatsächlich der Antrieb. Es klingt komisch, ist aber so. Denn Benzin zu tanken, um einen Elektromotor anzutreiben, das macht für mich persönlich keinen Sinn. Ich würde mir den Nissan Qashqai tatsächlich als reines Elektrofahrzeug wünschen. Und da Nissan ja jetzt auch schon an der Feststoffbatterie erprobt, sage ich mal. Die bauen gerade ein Forschungszentrum auf, beziehungsweise eine Pilotanlage. Könnte ich mir vorstellen, dass der Nissan Qashqai ab 2028 vielleicht oder auch vielleicht ein bisschen später dann auch als rein Elektro auf den Markt kommt. Aber wie gesagt, Benzin zu tanken, um daraus dann Strom herzustellen, um dann ein Fahrzeug anzutreiben, vielleicht bin ich da auch der Einzige. Das macht keinen Sinn. Dann hätte ich mir den Nissan Qashqai lieber als sparsamen Diesel gewünscht, denn der fehlt mir hier im Portfolio. Dann dürfte er vielleicht auch noch ein bisschen mehr ziehen und wäre vielleicht für mich das Auto der ersteren Wahl gewesen, der besseren Wahl vielleicht auch für dieses Antriebskonzept. Jetzt habe ich gerade aber gesagt, der Antrieb ist relativ beliebt. Das liegt meiner Meinung nach wirklich mangels Alternativen bei Nissan, denn es gibt keinen anderen Antrieb. Und wenn man nichts anderes kaufen kann, was sollte man dann holen? Werfen wir also gemeinsam einen Blick in den Innenraum und da muss ich wirklich sagen, Nissan hat da schon, die machen da einiges richtig. Reiner EV-Fahrmodus ist klar, Autoholfunktion für die Parkbremse, die Stichnähte sehen gut aus. Das darf man alles nicht mit den hochwertigen Fahrzeugen vergleichen, aber guckt mal, ist doch aufgeräumt. Und ich sehe sogar einen Regler für die Lautstärke. Was will ich eigentlich mehr? Aufgeräumt, intuitiv zu bedienen, so sieht es zumindest aus. Und auf der linken Seite auch so schön nach oben, Lenkrad, linke Bedienung für Infotainmentsysteme, rechte für die Fahrerassistenzsysteme. Dahinter ein ganz, ganz klassisches Display. Head-Up-Display sehe ich auch, das könnt ihr jetzt gerade hier erkennen. Bei dem Display, ich sage mal, da hat man ja alles auf dem ersten Blick, sieht man alles, was man sehen muss. Qualität sehen wir gerade des Displays im inneren Teil, könnte vielleicht noch ein bisschen besser sein. Aber hey, das ist jetzt hier wirklich jammern auf hohem Niveau. Und wir sehen auch, Apple CarPlay gibt es auch. Also neben den Google-Dienstleistungen und so weiter, wird auch da weiterhin Konnektivität großgeschrieben. Apple CarPlay, Android Auto und so weiter sehe ich da also auch. Und da sehe ich, wie gesagt, noch ein paar physische Tasten. Es hätten für mich persönlich ein paar mehr sein können. Ich bin aber gespannt, wie sich das alles demnächst bedienen lässt in echt. Denn da kommt es ja auch mal auf die Schnelligkeit an. Aber ansonsten hier Ambient Light, das Ganze aufgeräumt. Da vorne ein G-Ladepad fürs Smartphone. Ansonsten sehe ich da noch ein 12-Volt-Ladeanschluss. Ich sehe den Start-Stop-Knopf natürlich, eine Sitzheizung, Klimaanlage, extrem extern gesteuert. Und da unten den Drive-Mode-Schalter vor dem Ganggewahlhebel, beziehungsweise R, N, D und B. B steht für Brake, das ist dann die höhere Rekuperation. E-Pedal gibt es auch, das heißt, ich kann nur mit dem Fahrpedal zum Stillstand kommen. Tja, muss man sich alles mal angucken. Ich finde, den Nissan Qashqai ist wirklich ein cooles Auto eigentlich. Ja, und wir hätten ihn damals wirklich gerne gekauft, aber der Siebensitzer wurde gestrichen. Und der war für uns damals wichtig. Aber jetzt erzähle ich euch mal den Grund, wie gesagt, warum ich mir dieses Fahrzeug nicht kaufen wollen würde. Und nein, es ist nicht die Bedienungseinheit der Klimaanlage, tatsächlich nicht. Aber ich würde sagen, dafür schauen wir uns nochmal das Exterieur an. Oh, meine Frau wird sich freuen. Lenkradheizung und Frontscheibenheizung plus Sitzheizung. Nicht, dass der doch noch vielleicht in Frage kommt für uns. Schauen wir nochmal ganz kurz von außen. Werfen nochmal ein bisschen was auf die Details, beziehungsweise auf die Highlights. Also ihr habt es gerade schon gesagt, hier der Kühlergrill da vorne, das ist natürlich schwierig. Also ich brauche ihn nicht so in der Dimension. Ladeklappe, beziehungsweise Tankklappe, ist es ja eher auf der hinten auf der rechten Seite. Das ist doch ganz witzig, dass die Tankklappen immer auf der rechten Seite sind. Und dass du beim Ladeklappen meistens auf die linke Seite wandern. Ich stelle mir immer die Frage, warum das so ist. Aber nichtsdestotrotz hier auf der rechten Seite, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Bei der Tankstelle ist es mir persönlich auch egal, ob rechts oder links. Ich würde ihn mir tatsächlich nicht kaufen. Grund 1 ist der E-Power Antrieb. Weil es für mich ökologisch keinen Sinn macht, Kraftstoff irgendwo hin zu transportieren, damit ich dann Kraftstoff tanken kann, damit ich dann fahren kann. Und zwar rein elektrisch. Dann würde es da für mich konsequenterweise schon noch mehr Sinn machen, ein reines Elektrofahrzeug zu machen. Ich hätte den Qashqai gerne als Diesel. Denn, auch wenn man sagt 5,2 bis 5,4 Liter im WLTP-Wert, wird er auf der Autobahn mehr verbrauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin derjenige, der momentan in meinem persönlichen, rein subjektiven Anwendungsfall am Wochenende sehr weite Strecken über die Autobahn fährt. Und ich bin heute an der Tankstelle vorbeigefahren. Super, 1,98 Euro, Super plus, 2,12 Euro. Diesel immer noch günstiger. Und gerade auf Langstrecken hätte ich gerne einen Diesel. Oder aber ein rein elektrisches Auto, was mir eine relativ sichere Reichweite von 300 bis 400 Kilometern mit einer Akkuladung beschert. Und was ich dann relativ schnell nachladen kann. Das könnte in der Zukunft die Feststoffbatterie alles bringen. Könnte. Ich erhoffe mir das. Ein Video dazu hier oben nochmal verlinkt, zu den Vor- und Nachteilen auch der Feststoffbatterie und der Tatsache, dass Nissan da gerade dran arbeitet. Aber das macht es momentan für mich persönlich ein bisschen schwierig, den Nissan Qashqai so richtig cool zu finden. Was ich aber cool finde, ist der Preis. Wenn der denn so bleibt, denn er geht los aktuell ab 35.000 Euro. Und das muss man sich natürlich dann auch nochmal gegenrechnen. Wie weit kann ich wirklich fahren mit dem Auto? Und wie viel Aufpreis müsste ich zahlen für ein rein elektrisch angetriebenes Modell? So, ihr wisst Bescheid. Ich habe ein kleines Problem mit dem E-Power-Antrieb. Mir wäre es dann doch lieber, wenn man sagt, komm, hier, rein elektrisch oder aber ein rein Benziner oder aber ein rein Diesel. Aber diese Mischgeschichte, nee, damit komme ich persönlich nicht klar. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich ihn mir nicht kaufe. Würdet ihr ihn euch kaufen? Wenn ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Fahrzeug unten in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Voice over cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Liebe Grüße bis zum nächsten Video. Euer Jens. Ciao. previous Video. Ich redeistero. Wer bin ja, schrei. Bauh, schrei. getting the other. Ich redeistero. Nimλatur zuel.